da und schießt das feld Nordfliege Fischer wir haben einen schönen mit dem durch die Säte und auch warten der alleine die ist so ein bisschen verlasse Prozent die Jahrhundert er kommt folgendem um das ist falsch die Leute hier 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 das heißt ja ich bin falsch ja ich bin auf den Markt große Bühne Prozent jetzt links geradeaus noch ein halter jungen ist der fall schießt ihn mal ab bitte jetzt war ich war ja ich bin ja steigend ein idiot steckt wieder ein immer erst bei außerdem weil du bei den ganzen fahrer ja links 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 der straße lang erst mal da die straße einfach geradeaus folgen geradeaus was ist für eine kaputte straße links 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 die straße hoch schiff der wie kann man denn die trüe machen lol ich nein mein auto geht gleich kaputt das wäre aussteigt Ja, ich glaube, wir müssen hier wirklich nicht aufsteigen. Hier ist doch... Also guck doch mal auf die Map, dann seht ihr es doch. Sollen wir jetzt die Karre... Sollen wir die Hälfte jetzt auch machen? Ne, mal leise, der Typ redet doch. Oh, hier, Alter, hier ist das doch. Ja, hab ich doch... Das hab ich doch schon aktiviert. Eben. Ich glaube, warum der redet. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Ich glaube, da oben liegt ne Kiste, oder? Weiß ich nicht. Lass mal nachgucken, boah, ich hab so extrem... Alter, was ist... Was war da, Blugasch? Was war das? Da ist... Was erleben war da. Ne, da war noch was anderes. Was du ziemlich schnell eingesammelt hast. Ich weiß nicht, was das war. Guck mal, im Winter. Hier sieht was. Ich hab das so viel Zeichen schon gesagt, ich weiß es nicht. Was ist das eigentlich anders? Was ist das Personenzeichen da? Was kann man da rein tun? Ja, kann man Penis reintun. Geil. Ihr von den Gegnern aufgesammelt hast. Ich will mehr Waffen ausreißen. Scheiße. Ja, kommt bestimmt nach der Zeit. Nein, wir müssen den finden. Also wieder in die Karre einsteigen. Ja, ich finde den Hammerwaffen. Ja. Ja, Agent DFT ist besser, ne? Ja. Dann machen wir das Tor auf. Ne. Ja, ihr müsst umdrehen. Ja. Ähm. Einfach ganz, ganz gerade raus. So. Also, da wo wir eben fast lange fahren werden, links. Also jetzt links. Ja, links. Einfach der Straße vor ihm, glaub ich. Wow. Der macht mir einfach nach. Ja, einfach gerade aus. Äh, hier drin. Äh, jetzt im Bereich von denen. Bleib stehen. Hier ist der. Alter, du fährst einfach weiter. Ich hab nichts vor an gehabt, du Arschgesicht. Wohin müssen wir. What the hell. Wir müssen den, glaub ich, irgendwie nicht überschützen oder so. Beschützen? Soll ich auch nicht schießen? Nein, da ist auch ein guter. Keine Bulli. Oh Gott, Alter, ich bekomm schade, wenn ich mich der Karre näher. Ich glaub, der Karre ist gleich kaputt. Was ist das für ein hässliches Viech, das? Oh Gott, das ist ein größeres hässliches Viech. Ach nee. Warte, ich mach's kaputt. Mach kaputt. Ich hab mal Ninja gerufen, damit der abgelenkt wird. Warte. Weg. Weg. Ich habe den Bullard-Shops, den der Kiechkern hat gejagt. Und die Brücke gesprengt. Aber ich will getroffen. Ich esse hinter mir noch vieles ab. AAAAAAAA. Hä? Hä? Mist, wir sind immerhin schon dünn gestreut. Lang gehen. Nee, der kommt mir nicht durch. Nee, nee. Hier kommt mir wirklich nicht durch. Oder er fährt außen rum. Ja, nee, aussteigen alle. Kann man noch ganz außen rum fahren? Weiß ich nicht genau. Voll seid ihr, Alter. Nee, weiter geht's nicht. Ich bin ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen. Warte noch. Ich komme auch. Verdammter Blatt, Schatz, das sind so viele. Mensch, das ist schon wieder so ein bisschen zugegeben. Mann, das ist schon wieder so ein bisschen zugegeben. Mann, das ist voll die Fette, Dekker. Wenn mit meinem Freund Schaden bäschig, die Extrem ist voll geil. Alter, lass den da leben, lass den da leben, lass den da leben, lass den da leben, lass ihn da. Ah. So gemeint, der Intuition hat gesagt, mit. Wo ist der Lieder? Wo ist der Lieder? Wie der Lieder? Der Lieder? Ja, ich bin wiederbelebt. So, äh, ich bin wiederbelebt. Alter, ich lebe, ich kriege Schockschaden, aber, aber! Wir haben nur noch veurein. Das heißt, wir werden schon verrufen. Alter, Polos, lass mich mal hin. Was denn? Ja, hier lang, Leute, hier lang. Hauptsächlich bin so daumen. Ich nicht. Das hier auch, warte. Ach, was auch noch ein bisschen. Hier ist der, wer ist recht? Die Psychos. Die müssen wir töten. Wer schießt auf uns? Wer schießt auf mich? Bei mir kam die überhaupt gar nicht. Leute. Oh mein Gott. Ich werde mal, wenn ihr mich wiederbeleben würdet. Ich schieß auf dich schon die ganze Zeit. Los! Ah, mein Feuerschaden hat ihn gekillt, sorry. Ich habe euch mal auch vorgestellt. Okay, ich finde Corporal Rice. Was ist das? Ich wollte die Waffe nicht auflegen. Wie ist der doch, du Penner. Hallo. Mir gehts hier. Ja. Leute, lag ich oder so? Hier fliegt noch ein paar Viecher auf. Agent, lag ich? Ja. Malte. Ich habe bei mir gar nicht dieses Monster gesehen. Psch, 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 psch. Malte. 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 Davor nicht Schottgang. Was hat die 10? Lust? Ich sehe wirklich nichts. Weil mir leckt das glaube ich gerade extrem. Ich sehe nicht die Schottgangs. Ich sehe nicht die Schottgangs. Lohage. 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 Ja. Was war das denn? Oh, die wollte ich auch haben. Warte. Warte. Oh. Du willst die da, ne? Warte ich. Ich muss die noch angucken. Ich war noch nicht fertig. Leute, ihr habt mir alles weggelungen. Ich sehe nichts. Ja. Ne. Hab ich es jetzt weggeworfen? Nein. Hier bei mir liegt das. Unter der Kiste. Da ist eine Waffe noch drin, ja. Ich sehe, ich kann die aber nicht nehmen. Wieso nicht? Weil die ist bei mir unter der Kiste angezeigt und die ich nicht rausnehmen kann. Loll. Die kann ich nicht. Ich lass die auch aufnehmen für dich und die gleich geben. Ne. Ich glaub die sowieso nix bringen. Die hat Susa das Beste weggelootet. Da war nur ein. Da war das einfach drin. Und jetzt Lohage. Was für ne Waffe. Warte. Schotti. Ich brauch ne neue Waffe. Die Pistel hier nervt. Ja. Danke. Ähm. Ähm. Ne. Kannst du haben wenn du willst. Wir müssen zurück. Brauch ich jetzt nicht so dringend. Der Idiot. Ja. Du hast ihn weggeschnappt. Du hast ihn nicht genommen. Ja. Also ich hab mir andere gekauft. Die Waffe ist episch. Aber geil. Und der trägt den Busch. Schieß nochmal. Was ist das denn für ne Waffe? Keine Ahnung. Hab ich gekauft. Ja du komm ich stoß grad vor. Du musst mir nennen. Er töte die Bluttschotts. 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 Ich bin ja bei denen. Da ist schon ein Wixer von denen. Bum. André Dactor. Ich bin ja auch eine mit Feuerschaden. Das war's was. Das war's was was was. Das war's was. Das war's was. Das war's was. Das war's was. Ich kenne den Rat. er kann nix tun weil er in die Ecke packt wenn er eine Fusser hinlauft, dann rett er zu dir ihr könnt eh nix, komm gib dir die ganze Zeit 3 Schuss ins Gesicht ich, gib dir die ganze Zeit 3 Schuss ins Gesicht ich hab gesagt nicht zu vorstoßen, ich stoß vor ich, ja, ich hab gesagt, ihr könnt eh nix gleich stirb, ey, jörg belebt den, ey, äh Luca, belebt den nicht wieder, ne oh, oh, der Psyche kommt auf mich wow hier, der ist weg krass, der fu** riese ja, ich werde angegriffen ja, ich werde angegriffen ja, ich werde angegriffen ja, ich seh da einfach verdammte Scheiße nix ich öffne die Kiste, ich seh nix das der Lötig, der Spiegel, der Schlechter oder so ich sehe einfach nichts Alter, der Wicht, der Stadter auf den Schieß warst du so schwer? Aua Aua Bomm, Alter, guck weggebetzt ey, ich mach jede verdammte Kiste auf Aua Aua heute, ich bleib auf was bist du? weg wieso? weil mich der Typ da von hinten angegriffen hat achso, ich dachte, du wärst ganz weg Aua 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 ich kenn mich selber Aua 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 die Köln und hat sie ja keine Muni mehr meine kurz neue Waffe suchen hier bei mir legt das echt jetzt ja ich muss gleich mal re-connecten ja Leute warte mal das gleich hier die Fix erledigen oder nach ja das muss das Spiel auch schaden dann wieder Aua hat das Schaden gemacht ja besser so ich hab jetzt meinen Köln der Ranger Loll Wütend! Ich bin wütend! Und wo? Alter Wo sind die denn? Überall Oh da ist gerade einer rausge-kommen Oh mein Gott ich bin grad unten an dem Helfen du grad leben warte Oh Gott Luka ich komm hier runter bitte schnell 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 Ja Nuki danke Na cool